Herzlich Willkommen zur Adventszeit in Gängenbach. Seit 14 Jahren ist das Gängenbacher Rathaus ein magischer Anziehungspunkt. Der weltgrößte Haus-Adventskalender wird jährlich von 80.000 bis 100.000 Besuchern bestaunt. Täglich wird ein Fenster geöffnet und es erscheinen Originalzeichnungen von Franz Josef Trepp. Und auf dem Weihnachtsmarkt kann man wunderschöne Weihnachtsgeschenke finden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017